Und? Wie lange wartest du schon? Vier Monate. Du? Sechs Monate. Ich hab's so satt. Hosenlose Zeiten bei der Bayerischen Polizei. Man könnte meinen, es wäre ein April-Scherz. Kein Scherz, sondern eine zotige Zukunftsvision der Deutschen Polizeigewerkschaft. Denn die schöne neue Welt der Polizeibekleidung, auf Pressekonferenzen gerne glanzvoll präsentiert, hat im tristen Alltag erhebliche Lieferprobleme. Das heißt für uns, dass Kolleginnen und Kollegen mit einer nicht ansprechenden Uniform aktuell ausrücken müssen. Teilweise auf ihre Ersatzstücke, ihr Ersatzuniformstücke über Monate warten. Die Uniformhersteller kämpfen mit Fachkräfte und Materialmangel. Die Lieferketten sind immer noch gestört. Grund der Ukraine-Krieg. Den Beamtinnen und Beamten bleibt also keine Wahl. Notfalls nähen lassen, wenn was kaputt geht. Oder einfach mit einer älteren Uniform, mit einem älteren Uniformteil auf Straße gehen. Und deswegen auch unsere Initiative, unser Video. Ja, wir wollen ja nicht blankziehen. Das Bayerische Innenministerium will das Problem jetzt dadurch lösen, dass die Polizei die ausgelagerte Uniformbeschaffung wieder selbst in die Hand nimmt. Damit solche hosenlosen Bilder nicht doch noch Wirklichkeit werden. Diese Szene hier wurde übrigens mit Schauspielern gedreht. Aus beamtenrechtlichen Gründen.